hallo herzlich willkommen ja ich habe jetzt schon da ein laptop ja er ist er noch an und zwar hier sieht der laptop so klein aus er ist er angekommen und zwar hier war er sofort gesundheit da ist ja da ist hier ein windows 7 drauf ja leute sagen sich kenne ich irgendwo hier dann muss ich gucken akkubetrieb muss man noch aufladen ich muss gucken wie wir es machen so moment mal moment mal da